Bisher hatte es der Frühling mit uns ja ganz gut gemeint. Guten Abend, liebe Zuschauer. Jetzt geht ihm aber leider die Puste aus. Vor allem morgen bleibt es grau mit Regen. Insbesondere nördlich des Mittellandkanals regnet es auch länger anhaltend, zu Altmarkindern auch mal kräftiger. Bis Mitternacht bleibt es aber noch überwiegend trocken und es lockert auch etwas auf. Doch schon in der 2. Nachthälfte verdichten sich die Wolken dann wieder und es beginnt gebietsweise schon leicht zu regnen. Vor allem morgens dann. Ja, und so geht es dann eben auch morgen weiter. Immer wieder ist Regen unterwegs, der sich auch mal schauerartig verstärken kann. In der Altmark regnet es auch mal länger anhaltend, auch kräftig. Und so werden es hier dann auch nur 12 Grad. Südlich des Mittellandkanals immerhin bis zu 14. Allerdings wird es wieder mäßig bis frisch windig sein, zum Teil auch stark böig. Also in einem Wort, morgen wird es ungemütlich. Ja, und so wirklich wird sich das in den nächsten Tagen dann auch nicht ändern. Auch noch am Donnerstag bleibt es windig. Am Karfreitag sind wir den Wintern los und es bleibt trocken. Doch die Temperaturen spielen leider weiterhin nicht mit. Und der Sonnabend wird dann genauso grau und verregnet sein wie der morgige Tag. Obwohl Regen ja momentan für die Natur nicht das Schlechteste ist. Gerade jetzt, wo alles grünt und blüht. Jens Ernst hat diese Kirschblüten in Ständer geschickt festgehalten und schrieb uns dazu, die ersten Sonnenstrahlen setzen die Kirschblüten am Morgen ins rechte Licht. Vielen Dank dafür und Ihnen, liebe Zuschauer, einen schönen Abend und bis morgen.